Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und ganz herzlich willkommen zum Ausblick für den November 2018. Der 1. November ist ja aller Heiligen, der Tag nach Halloween und am Tag drauf ist aller Seelen und diese spirituellen Traditionen gehen zurück auf die alten heidnischen Feste der Göttin. Der 1. November ist das sogenannte Hexenneujahr, auch Samhain genannt, und tatsächlich geben uns die Konstellationen einen Vorgeschmack auf das neue Jahr 2019, das ein Jahr des Übergangs wird. Und so ist auch der November ein Monat des Übergangs oder vielmehr der Übergänge, denn fünf Planeten und der Mondknoten wechseln das Zeichen bzw. die Richtung. Wir befinden uns jetzt im Zeichen Skorpion, das ist das Zeichen der Transformation, der Stirb- und Werdeprozesse. Altes vergeht, Neues entsteht und die Feiertage rund um den 1. November dienen ja auch dazu, sich mit den Ahnen zu verbinden und sich darüber bewusst zu werden, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und ein ganz wichtiges Thema im November und im Zusammenhang mit dem Zeichen Skorpion ist immer das Loslassen. Es geht immer darum, sich zu entscheiden, an was wir festhalten und wovon wir loslassen müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Und das können wir in diesem Monat wahrhaftig üben, denn der November wird ein sehr bewegter Monat. Viele Dinge sind im Fluss und noch ungeklärt und viele kosmische Energien verändern sich. Mit der rückläufigen Venus fällt es uns außerdem schwer, Entscheidungen zu treffen. Und kaum wird sie wieder direktläufig, wird der Merkur rückläufig. Und es passiert noch viel, viel mehr. Dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls haben es im November alle die gut, die keine wichtigen Entscheidungen anstehen haben. Positiv ist, dass wir schöne Party-Konstellationen haben und dass viel Liebes- und Flirtenergie in der Luft liegt. Falls ihr Rat und Entscheidungshilfe braucht, bin ich natürlich gern für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich wie immer unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein neues Jahrbuch 2019 zu gewinnen. Ich arbeite da noch dran, aber es ist jetzt fast fertig und soll in der ersten Novemberwoche erscheinen. Es wird viel umfangreicher als letztes Jahr und ich habe die Tendenzen für Liebe und Beziehungen, Beruf und Finanzen und auch für eure Gesundheit und Vitalität gedeutet. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Und hier ist die Gewinnerin aus meiner Verlosung vom Oktober, Susanne Hermanns. Herzlichen Glückwunsch, Susanne. Du hast eine Beratung bei mir gewonnen. Bitte melde dich bei mir unter der unten eingeblendeten Adresse, damit wir einen Termin vereinbaren können. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen vom November an und da ist wirklich vieles in Bewegung. Am besten kommen wir in diesem Monat wahrscheinlich klar mit den ganzen kosmischen Energien, wenn wir den Fluss der Dinge mit einer Art jogischer Gelassenheit wahrnehmen, ohne uns davontragen zu lassen. Wir sollten nicht versuchen, Entscheidungen zu erzwingen. Wir können uns nur für uns selbst um gedankliche Klarheit bemühen und versuchen, unsere Ausrichtung beizubehalten. Ideal ist es, wenn wir es uns leisten können, mit wichtigen Entscheidungen oder dem Beginn neuer Projekte abzuwarten bis zum 7. Dezember. Dann ist der Merkur wieder direktläufig und wir haben uns an die vielen neuen Energien ein bisschen gewöhnen können. Wenn Entscheidungen nicht aufgeschoben werden können, sollten wir sie sehr sorgfältig prüfen und mit großer Achtsamkeit vorgehen und auch unserer Intuition vertrauen, weil ich glaube, dass man das mit dem Verstand teilweise gar nicht alles erfassen kann. Die Venus ist noch rückläufig bis zum 16. November und mittlerweile zurück in die Waage gewandert. Sieht man hier und im Laufe des Monats wird sie zweimal diesen aufregenden Aspekt mit Unruhestifter Uranus bilden. Das heißt, in der Liebe müssen wir mit unerwarteten Entwicklungen rechnen, aber es liegt auch die ganze Zeit ein enormes Prickeln in der Luft und eine geradezu magische Anziehungskraft. Die beiden verbinden sich nämlich auch noch mit dem Mondknoten und der zeigt ja immer, dass man neue Leute kennenlernt. Uranus selbst wird die Richtung wechseln und nochmal in die letzten beiden Grade des Zeichens Widder zurücklaufen, bevor er dann im März 2019 endgültig in den Stier wandert. Dadurch sind seine unruhigen Kräfte besonders stark zur Zeit. Auch Neptun ändert gegen Ende des Monats die Richtung. Er war die letzten Monate rückläufig und geht dann wieder in den Vorwärtsgang. Deshalb durchdringt er den Monat mit seinen verführerischen Kräften. Neptun ist ja der Romantikplanet. Das verstärkt die Tendenz, sich Liebesfantasien hinzugeben und macht uns verführbar. Der Mars wird, nachdem er durch seine Rückläufigkeit fast fünf Monate im Zeichen Wassermann verbracht hat, in die Fische wechseln. Das ist auch eine ganz neue Energie. Und wir haben zwei kosmische Großereignisse auf dem Programm. Jupiter wechselt in den Schützen und der Mondknoten beendet seine Reise durch den Löwen und wandert in den Krebs. In meinem Jahrbuch habe ich ausführlich beschrieben, was das für die einzelnen Sternzeichen bedeutet und ich werde dazu auch noch zwei Specials produzieren, wo ihr mehr darüber erfahrt. Für die Stimmung im November ganz allgemein bedeutet all das, dass sich viele aufregende neue Möglichkeiten aufzutun scheinen, wir aber noch nicht so recht wissen und erkennen können, wo das alles hinführen wird. Das heißt, es liegt ein Gefühl von Aufregung und Aufbruch in der Luft, aber auch eine gewisse Verunsicherung. Interessant ist, dass wir im November kaum Aspekte zu Saturn und Pluto haben, die im Steinbock stehen und normalerweise gerne für Disziplin und Ordnung sorgen. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, als hätten die ganzen anderen Planeten sich verabredet, eine Riesenparty zu feiern und Saturn und Pluto müssen draußen bleiben, weil sie als Spaßbremsen gelten. Für unser Leben bedeutet das, dass wir jetzt lieber feiern und Spaß haben, als uns mit Eifer und Disziplin irgendwelchen anstrengenden Aufgaben zu widmen. Das sind schon gute Konstellationen für wilde Halloween-Partys und heiße Liebeleien. Singles, die auf der Suche sind, haben ausgezeichnete Chancen, Flirtkandidaten zu treffen oder ganz generell sich mit netten Leuten zu amüsieren. Wenn ihr auf Partys eingeladen werdet, geht deswegen unbedingt hin. Wenn ihr jemanden kennenlernt, ist die Leidenschaft groß und man landet schneller als sonst miteinander im Bett. Diese Tendenz setzt sich aus dem Oktober noch fort. Festlegen will sich jedoch so schnell keiner. Ihr solltet nicht die Erwartungshaltung aufbauen, dass ein heißer Flirt im November direkt zu einer festen Beziehung führt. Das kann dauern oder sich auch noch mal wieder zerschlagen. Erst im Dezember sehen wir alle wieder klarer. Aber der Spaßfaktor ist zumindest groß. Schwieriger wird es immer dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt oder Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Das gilt für neue Flirts genauso wie für feste Beziehungen. Es scheint unmöglich, von anderen Menschen die Erfüllung von Erwartungen einzufordern. Keiner scheint sich an die Regeln halten zu wollen. Gibt halt keinen Aspekt zu Saturn. Es wird dann gelacht und gesagt, ach, es ist doch alles nicht so schlimm. Und tatsächlich ist es jetzt am besten, wenn wir geschmeidig bleiben und versuchen, die Dinge ein bisschen locker angehen zu lassen. Wir können uns nur für uns selbst vornehmen, verlässlich zu sein und unserer Linie treu zu bleiben. Aber es nützt nichts, auf andere Druck auszuüben. Lauft den Leuten nicht nach und gestaltet gemeinsame Vorhaben nicht zu kompliziert. Versucht zu tun, was in eurer Macht steht und ansonsten müsst ihr es den anderen Leuten überlassen, die Dinge auf ihre Art zu regeln. Es ist ein Monat, in dem wir anderen keine Vorschriften machen sollten. Und das, obwohl die Sonne im Skorpion steht, der ja normalerweise recht streng ist und immer auf die Loyalität pocht. In unseren festen Beziehungen kommen wir am besten klar, wenn wir nicht darauf bestehen, dass alles exakt so abzulaufen hat, wie geplant. Es können sich Umstände ergeben, mit denen keiner gerechnet hat. Zwei psychologische Dynamiken können unsere Beziehungen im November belasten. Zum einen, wenn wir strikt an Erwartungen festhalten und uns gegenseitig Vorwürfe machen, wenn die Dinge nicht so klappen, wie beabsichtigt. Zum anderen, wenn wir uns nicht für eine Sache entscheiden können und deswegen verwirrende Mehrfachsignale aussenden oder bekommen. Wenn wir das eine tun, ist der Partner nicht glücklich, wenn wir das andere tun, aber auch nicht oder umgekehrt. Die Konstellationen der Venus deuten an, dass wir gleichzeitig frei sein und den Schutz einer festen Beziehung genießen wollen. Und das ist natürlich schwierig. Gegebenenfalls müssen wir die Ursachen klären, wieso wir und unser Partner unterschiedliche Vorstellungen von der Beziehung haben und versuchen, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es ist wohl kaum möglich, auf Dauer eine gute Beziehung zu führen, wenn beide Partner etwas ganz anderes wollen. Solche Themen können nun auf den Tisch kommen und es lohnt sich, sie zu klären, wobei es durchaus noch bis Dezember dauern kann, ehe uns das gelingt. Die Gefahr bei diesen Konstellationen ist, dass man von bestehenden Beziehungen oder auch Freundschaften genervt ist und sich stattdessen mit neuen Bekanntschaften amüsiert. Denn da wirkt alles neu und aufregend und man kennt gegenseitig seine Fehler- und Schattenseiten noch nicht. Diese ganzen Entwicklungen finden ihren Höhepunkt Mitte des Monats, wenn die Venus wieder direktläufig und gleichzeitig der Mars rückläufig wird und auch noch der Mars das Zeichen wechselt. Jetzt schauen wir uns noch mal die wichtigsten Ereignisse des Monats im Überblick an. Zu Halloween ist die Venus zurück in die Waage gelaufen und befindet sich in einem anregenden und aufregenden Aspekt zu Uranus. Mega prickelnd für Singles, zu Halloween wird geflirtet und gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Dann kommt der Neumond der Transformation und der Wandlungsprozesse. Er findet am 7. November um genau 17.01 Uhr statt. Und nur einen Tag vorher läuft Uranus zurück in den Widder, der Mondknoten geht in den Krebs und am Tag danach wandert Jupiter in den Schützen. Insofern ist das eine Hammerkonstellation, weil so viel Neues geschieht und weil es gleichzeitig so romantisch ist. Der Neumond selbst steht im Skorpion. Das lässt uns eigentlich nach tiefen seelischen Verbindungen streben. Aber die gleichzeitige Konstellation mit Venus Uranus zeigt, dass wir aufregende neue Beziehungsformen ausprobieren wollen. Und dabei steht die Venus in Harmonie mit Mars. Das ist sehr sexy und lustbetont. Jupiter im Schützen, das bedeutet Aufbruch in die Zukunft und neue Visionen. Wir wollen also die Sicherheit einer festen Basis im Leben genießen und gleichzeitig frei sein, Neues auszuprobieren. Die Neumond-Energie mit den vielen Wechseln der Planetenkräfte gibt uns die Chance, unser Sicherheitsdenken zu transformieren. Weil Saturn diesen Monat kaum Aspekte bildet, haben wir weniger Ängste und fühlen uns freier und sind experimentierfreudiger. Die Verbindung von dem Neumond hier zu Neptun zeigt uns, dass wir auf der Basis von Liebe und Verbundenheit Grenzen überwinden können. Vor allem spirituell interessierte Menschen bekommen die Chance, die Verbindung zu allem, was ist, zu empfinden. Schwieriger ist diese Konstellation, wenn wir ängstlich am Status quo festhalten oder zur Eifersucht neigen. Dann kann dieser Neumond der Transformation eine Chance sein, loszulassen und mehr Selbstliebe und Vertrauen zu entwickeln. Insofern ist es auch ein sehr spiritueller Neumond. Er bietet sowohl Entwicklungschancen für die spirituelle Liebe als auch ganz konkret für romantische Gefühle. Eine ganz entscheidende Phase ist dann auch um die Monatsmitte, wo wieder mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Am 15. November wechselt der Mars in die Fische, nachdem er aufgrund seiner Rückläufigkeit fast fünf Monate im Wassermann verbracht hat. Hier sind dann die Fische. Und am 16. November wird die Venus in der Waage wieder direktläufig und nur wenige Stunden später, am 17. November, wird der Merkur rückläufig im Schützen. Und zwar bis zum 7. Dezember. Jetzt kann sich alles nochmal ändern. Die Dinge kommen wieder in den Fluss, Meinungen ändern sich und dabei können wir ganz schön ins Schwimmen geraten. Die Energie von Mars in den Fischen ist spürbar anders als die von Mars im Wassermann. Geschmeidiger, anpassungsfähiger, sanfter. Zur Energiegewinnung können wir jetzt subtile feinstoffliche Kräfte anzapfen und in Auseinandersetzungen sind wir kompromissbereiter. Am 22. November morgens um 10.01 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Schützen und gleich am nächsten Tag ist der Vollmond in den Zeichen Schütze und Zwillinge. Und der wiederum bringt wieder eine neue Energie hinein. Die Venus läuft dann ein zweites Mal in diesen knisternden Aspekt zu Uranus, der bis zum Monatsende anhält. Der Vollmond steht hier mit dem Jupiter zusammen und in Spannung zu Mars in den Fischen. Das heißt, Feuer trifft auf Wasser. Das kann die Gefühle nochmal zum Brodeln bringen. In festen Beziehungen kann es hoch hergehen. Die Jupiter-Mars-Spannung kann uns dazu verleiten, uns bei Problemen oder Vorwürfen herablassend oder rechthaberisch zu verhalten. Lässige Sternzeichen wie Schütze oder Zwillinge gehen auch gern großzügig über die Anliegen des Partners hinweg oder machen Witze und lenken vom Thema ab. Das kann gut gehen, kann den Partner aber auch noch mehr ärgern. Zu Vollmond sollten wir uns am besten mit Menschen umgeben, die alles ein bisschen locker nehmen und die wir gut kennen, sodass wir nicht so leicht ins Fettnäpfchen treten können oder uns entsprechend Mühe geben und Rücksicht auf die Gefühlslage anderer nehmen. Für Singles halten die unfassbar prickelnden Konstellationen zum Kennenlernen weiter an. Anfang Dezember ändert sich dann erneut die Energie, dann wechseln Venus und Merkur in den Skorpion und unsere verbindlichen Beziehungen und Vereinbarungen rücken wieder mehr in den Fokus. Und ab dem 7. Dezember wird der Merkur wieder direktläufig und die Liebesplaneten versprechen ein Happy End für viele Situationen. Deshalb lohnt es sich, im November die Kontenance zu bewahren und sich korrekt zu verhalten. Gelassenheit und Verständnis sind Trumpf. Das zahlt sich dann im Dezember aus. Eure Tendenzen für die 12 Sternzeichen habe ich diesmal in einem Video zusammengefasst. Ich war leider krank und habe es deswegen nicht geschafft, 12 einzelne Videos zu erstellen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. In dem Video gehe ich die wichtigsten Tendenzen im November für alle Sternzeichen dann durch. Und außerdem arbeite ich noch an den beiden Specials zu Jupiter im Schützen und Mondknoten im Krebs. Die sollen rechtzeitig zum Neumond im November online gehen. Das waren eure Konstellationen im November. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald. Ich bin zum Jahresende hin immer recht ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 2. November um 18.30 Uhr und dann gibt es wieder eins am 7. Dezember ebenfalls um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Wenn ihr an der Verlosung für mein neues Jahrbuch 2019 teilnehmen wollt, ist das ganz einfach. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann erfahrt ihr auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade, zum Beispiel die neuen Specials über Jupiter im Schützen und Mondknoten im Krebs. Und aktuell sind diese Videos wichtig über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier und über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.